Tobias Burgner, erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille im Team bei den Union-Weltmeisterschaften, dann den vierten Platz im Einzel bei den Union-Weltmeisterschaften und heute eine super Qualifikation gesprungen. Sieht ja ganz gut aus, oder? Ja, das hoffen wir morgen, dann soll es endlich mal mit den ersten Weltkartpunkten klappen. Ja, also das ist das erklärte Ziel für morgen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte es fast in jedem Sprung heute geschafft und dann morgen, denke ich, kann ich mich noch steigern, weil das war noch nicht alles, was ich kann, denke ich, und wenn ich da einfach dran weiterarbeite, dann klappt das. Ja, du sagst, bis morgen ist ja gar nicht mehr so viel Zeit, weil wir müssen da noch weiterarbeiten über die Nacht. Also was passiert jetzt noch? Videoanalyse und dann nochmal einstellen, oder was gibt es zu tun bis morgen? Ja, erstmal schlafen, das Wichtigste, weil jetzt die Woche ist doch schon ganz schön lang, die Union-WM war schon anstrengend, waren ja viele Unterbrechungen und alles. Erstmal am Anzug noch arbeiten, weil da gibt es noch was zu tun. Ja, dann nochmal morgen früh ein paar Imitationen, ein bisschen vielleicht mit der Handel noch was machen und dann, ja, Video schauen und dann locker hier an die Schanze fahren. Ja, da gibt es ja doch noch einiges zu tun bis morgen. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das alles erfolgreich läuft und natürlich morgen dann zwei super Sprünge, so gut wie heute. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.